Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu diesem Experteninterview, wo ich Karin Kretzer eingeladen habe, die Startups, Unternehmerinnen, Unternehmer, Selbstständige dabei begleitet, ihre Idee wirklich in die Umsetzung zu bringen, also ein erfolgreiches Startup aufzubauen. Sie ist Expertin für Sales, für Marketing, bringt aber auch Expertise in der positiven Psychologie mit, also die perfekte Kombination, um sich nicht nur ein erfolgreiches, sondern auch ein erfüllendes Unternehmen oder eine erfüllende Selbstständigkeit aufzubauen und sie hat in diesem Interview total viel von ihrer Expertise geteilt, also sie hat darüber gesprochen, welches Mindset sehr hilfreich ist, um ein Unternehmen zu gründen oder eine Selbstständigkeit zu starten. Wir haben darüber geredet, wie man an Kapital kommt, also vielleicht auch Unterstützung, Förderung für seine Idee bekommt. Wir haben darüber gesprochen, wie man eine gute Idee findet oder eben, wenn man Lust hat zu gründen, auch über andere Wege Startups unterstützen kann. Wir haben darüber geredet, wieso es so wichtig ist, auch gut für sich selbst zu sorgen, wenn man gründet, wenn man selbstständig ist und wie das gelingen kann. Also eine ganze Bandbreite an Themen, die du heute mitbekommst und wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du sagst, ich hätte Lust, mich selbstständig zu machen oder ich hätte Lust, ein Business zu gründen, irgendeine coole Idee in die Welt zu bringen, dann ist dieses Interview absolut perfekt für dich, dann wirst du ganz viel daraus mitnehmen können. Deswegen lass uns einfach direkt rein starten in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Karin Kretzer. Liebe Karin, ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast bist und wir über dein Expertenthema sprechen werden. Magst du dich als allererstes mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wofür brennt dein Herz? Direkt die wichtigste Frage am Ende irgendwie. Genau. Hi, ich bin Karin. Danke, Maike, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Karin. Ich komme aus Koblenz. Karin Kretzer aus Koblenz. Meine Eltern fanden Alliterationen anscheinend so toll, dass es unbedingt Koblenz dann auch noch sein musste. Ich bin Optimistin durch und durch. Uns verbindet ja beide auch die positive Psychologie. Und das ist was, was ich da nochmal bestärkend gelernt habe. Also durch und durch Optimistin. Das zu mir, was ich mache, gerade bin ich in einer Selbstgründungsphase, in einer Zwischenphase. Die letzten acht Jahre war ich in unterschiedlichen Managementrollen, in unterschiedlichsten Branchen von Startups über Konzerne, über internationale Software Companies und habe aber da einfach festgestellt, als ich in Sales, Marketing und Produktentwicklung unterwegs war, dass ich was Eigenes brauche und möchte und unterstützen möchte, weil Veränderung ist auch ein ganz großer Wert von mir. Und dafür brennt auch mein Herz. Also Dinge zu verändern und besser zu machen und sowas sinnstiftendem, wertevollem zu machen mit den Menschen gemeinsam. Und da habe ich einfach Lust dran. Und wenn mich eine Idee catcht, dann brenne ich halt auch lichterloh. Und deswegen lässt sich bei mir die Frage, wofür brennst du? Es ist irgendwie kontextabhängig und wenn man mich entzündet, dann brenne ich lichterloh. Und deswegen bin ich jetzt auch als Startup Executive, also Service, also Interims rollen, kann man mich in Firmen holen. Vor allem Startups im Bestfall. Idealerweise mit bunten Teams, mit gemischten Teams und mit Frauen in der Führungsebene, in der Gründungsebene, weil gerade die können Mutschübe gebrauchen. Und da unterstütze ich gerade zwei Startups. Genau. Sehr, sehr cool. Und ich finde es auch so schön, dass du jemand bist, der so dafür brennt, was er macht, weil das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist bei mir auch so. Wie war so dein Weg? Also wie bist du da drauf gekommen, zu sagen, okay, ich unterstütze Startups, ich unterstütze Frauen oder ich unterstütze vielleicht auch Menschen, die sich selbstständig machen wollen, ihre Ideen in die Welt zu bringen? Es gab aber auch ganz viel Zufall drin und dann so mit dem Flow gehen. Ich bin zwar eine Planerin, aber das Leben macht ja dann doch, was es möchte. Und ich habe über die Jahre verstanden, dass Planung den eigenen Raum kriegt, aber auch einfach mal dem Gefühl folgen oder Dinge, die einem über den Weg laufen zu sehen und denen zu folgen. Und ich bin, das Ganze hat in der Kindheit angefangen, ich bin im Hotel groß geworden. Also meine Eltern hatten ein Hotel und sind selbstständig gewesen. Wir hatten 25 Mitarbeitende und das war super, super familiär. Und meine Mutter hat es früher schon anders gemacht. Die Mitarbeitenden haben selbst ihre Pläne geschrieben, wie sie arbeiten wollen. Sie wurden fair bezahlt. Deswegen waren sie auch ewig da. Das heißt, ich habe schon sehr früh vorgelebt bekommen, wie Unternehmerinnentum aussehen kann. Und für mich war Selbstständigkeit normal. Das heißt, wenn man die Role Models, mit denen man groß wird, prägt ja auch so ein bisschen das Bild oder die Möglichkeiten, die man sieht. Das heißt, für mich war Selbstständigkeit immer da. Mein Bruder ist auch selbstständig und hat gegründet in der Hotellerie auch und hat einen Campingplatz mittlerweile unter anderem. Und genau, das heißt, damit hat es irgendwie begonnen. Und in der Ausbildung zur Marketing-Kauffrau habe ich dann jemanden kennengelernt, der eine Idee für einen Businessplan hatte und mich im Marketingteil drüberlesen lassen wollte. Und das war 2013 oder 14. Und dann habe ich gedacht, ja klar, ich habe Marketing gelernt. Warum nicht? Und dann hat er gemeint, da ist ein Startup-Weekend. Da würde ich gerne hingehen. Kommst du mit? Ich brauche jemanden, der da noch Input geben kann. Ich meinte, klar, bin ich dabei. Dann war ich als Teilnehmerin mit dabei. Und nach diesem Wochenende, man saß dann drei Tage zusammen, hat an dieser Idee gearbeitet mit mehreren und am Ende einen Pitch gemacht, um Gelder zu bekommen. Und nach diesen drei Tagen wurde ich dann angesprochen von unterschiedlichsten Mentorinnen, die dort rumgelaufen sind und den VeranstalterInnen, die gesagt haben, boah Karin, du hast irgendwie so viel Drive in dieses Team gebracht. Kannst du dir vorstellen, Mentorin zu sein? Und ich meinte, okay, das hat Spaß gemacht. Warum nicht? Und dann, so wurde ich dann irgendwie Mentorin für Startups und habe dann auch die Startup-Szene für mich entdeckt. Weil Koblenz hat eine Startup-Szene. Man mag es kaum glauben. Und dort im Technologiezentrum habe ich auch zwei Jahre bei einem Startup jetzt gearbeitet. Das heißt, da kam dann so diese Startup-Erfahrung drauf. Und Stewie, das Startup, wo ich zuletzt war, war auch bei der Höhle der Löwen. Also das heißt auch irgendwie außerhalb des Koblenzer Radios und agiere noch mittlerweile europaweit, durfte ich dann Startup-Luft schnuppern aus unterschiedlichsten Rollen. Und dann kam es, dass ich dieses Jahr, ich bin seit Jahren in Frauennetzwerken, aber ein Frauen-Netzwerk kennengelernt habe oder jetzt Mitglied bin, wo es wirklich Mutausbrüche gibt. Du hast eben gesagt, den Mutmuskel, bevor hier die Aufnahme losging, muss man halt einfach trainieren. Und das mache ich gerade aktiv. Und dieses Frauennetzwerk hat mir eben diese Mutschübe gegeben und gibt sie mir gerade die ganze Zeit. Mission Female. Und da habe ich dann auch Gründerinnen kennengelernt oder Frauen in tollen Positionen mit tollen Ideen. Und dank der positiven Psychologie-Weiterbildung im letzten halben Jahr, damit ist die Chronik auch irgendwie abgeschlossen, habe ich dann diesen letzten Mutschub bekommen, zu verstehen, was kann ich, wer bin ich und was möchte ich machen und was sind meine Werte. Und ja, hier bin ich. Mega schön. Ich finde es auch so cool, dass du das schon von deiner Kindheit an mitbekommen hast, weil das ist so etwas, was bei mir ist es überhaupt nicht so. Und auch bei vielen, die ich kenne, ist es eher so, dass die Eltern angestellt sind und dass das Umfeld auch eher so ein bisschen abgeneigt ist gegenüber Selbstständigkeit. Deswegen finde ich das total toll, dass du so von Anfang an so eine Gründerluft schnuppern durftest und so tolles Unternehmertum auch erleben konntest. Und auch, was du jetzt gerade am Ende gesagt hast, dass die PP dir so nochmal den Drive gegeben hat, gezeigt hat, ja, dieser Mensch bin ich wirklich, das passt wirklich zu mir. Das kann ich total gut nachvollziehen. Du hast ja jetzt schon von dem, was du erzählt hast, gezeigt, du hast mit unterschiedlichsten Menschen schon zusammengearbeitet, auch mit unterschiedlichsten Startups. Was sind so Herausforderungen, die dir immer wieder begegnet sind, mit denen Menschen konfrontiert sind, die gründen möchten, die sich selbstständig machen möchten? Was erlebst du da immer wieder als Probleme, als Herausforderungen? Also manche davon kann ich sogar aus der eigenen Erfahrung bei mir heraussprechen. Also das ist zum Beispiel einmal das Thema Mindset und Mut, was wir jetzt so zuletzt hatten, dass man gerade dann, wenn man so einen perfektionistischen Hang hat oder Sorge hat, dass man die Dinge nicht richtig kann oder warum sollte ich denn jetzt da rausgehen und was ist mein Mehrwert denn jetzt? Weil man sich halt nicht mehr hinter einer Firma oder einem Produkt verstecken kann, sondern man selbst ja das Produkt oder die Leistung ist mit den eigenen Werten und das, was man einbringen kann an alten Expertise. Das heißt Mut und Mindset oder Mut als Teil des Mindsets sind ein ganz, ganz starker Punkt und das ist was, was oft hemmt. Dann aber auch, ich höre ganz, ganz oft, ich habe aber nicht die passende Idee. Also auch wenn ich davon erzähle, was ich jetzt mache und wo ich dran bin, kommt, finde ich total cool, ich würde ja auch gründen, aber ich weiß noch nicht womit. Und das heißt, die Ideenfindung oder keine passende Idee zu haben, keine MitstreiterInnen zu haben, ist halt auch immer so ein Punkt, dass man dann sagt, okay, ich habe vielleicht eine Idee, aber ich brauche Menschen, die das mit mir umsetzen wollen, weil mein gesamtes Umfeld besteht aus Menschen, die aus dem Angestelltenverhältnis kommen und für die ist das keine Option. Sicherheit ist ja auch so ein Aspekt. Das ist das Freelancing oder also Gründung ist ja mehr als nur, ich mache ein Startup und Tech-Startup und entwickle Software, sondern ich mache einen Handwerksbetrieb auf. Ich öffne ein Hotel oder eine Pension oder ein Airbnb. Also das alles kann ja schon Gründung sein oder ich bin eben Freelancerin. Dann, wenn man ein Team hat, dysfunktionale Teams, ist tatsächlich gerade in der Gründungsregel nicht ein gemeinsames Verständnis. Gemeinsame Werte, eine gemeinsame Richtung ist auch immer sehr, sehr, also sieht man viel, kein Startkapital oder keine Ahnung von Fördermitteln. Das hatten wir ja beim Intro, was wir noch vorher gequatscht haben auch, nur dass man gar nicht weiß, wo kann man sich denn subventionieren lassen, weil ich hatte, okay, ich glaube es sind 5.000 Euro im Schnitt hat eine Gründerin am Anfang, wenn sie startet. Ich glaube, das waren die aktuellen Zahlen. Ich hatte das nachgelesen mit einer Freundin, die sehr viel besser, da sollte Svenja das hören, Svenja ist sehr viel genauer und besser mit Zahlen. Das heißt aber so um die 5.000 Euro hat man normalerweise als Startkapital, was ja eigentlich gar nicht so viel ist, je nachdem, was man macht, reicht das aber schon. Das heißt, man hat einmal das Gefühl, ich habe nicht genug Geld, hätte es aber eigentlich, je nachdem, was man machen möchte. Und das andere ist eben, man hat wirklich nicht genug Geld, man braucht Startkapital und Fördermöglichkeiten. Und der letzte Aspekt ist Vereinbarkeit. Also, dass man einfach das Gefühl hat, dass man das mit den ganzen Verpflichtungen, die man hat oder vielleicht auch Interessen, die man hat, nicht vereinbaren kann. Sei es Kinder, Eltern, also die man vielleicht pflegt oder einfach auf Freizeit, aus gesundheitlichen Gründen, aus emotionalen Gründen. Und das wirkt dann immer selbst und ständig. Das ist ja auch so ein Glaubenssatz, den wir noch haben, dass Selbstständigkeit bedeutet, viel mehr arbeiten zu müssen als vorher. Genau, das sind so die typischsten Herausforderungen. Total spannend. Hast du Lust, dass wir da mal auf diese Herausforderungen eingehen? Weil bestimmt gibt es da auch ein paar Lösungen, die du mit an den Tisch bringst. Wollen wir mal starten mit dem Mut und Mindset. Also, was ist deiner Erfahrung nach wichtig für das Mindset, um erfolgreich in die Gründung zu starten, aber wahrscheinlich auch langfristig am Ball zu bleiben? Weil das ist ja auch sehr wichtig. Ja, total. Und ehrlicherweise ist das auch eins meiner liebsten Themen, weil ich liebe Persönlichkeitsentwicklung. Nachdem ich einen gesundheitlich schlimmen Rückschlag 2019 hatte, habe ich einfach mich dem Thema mehr gewidmet, weil Führung ist immer Selbstführung. Und Selbstmitgefühl, alles fängt bei uns an. Das ist ja dieses Bild aus dem Flugzeug. Die Atemmaske sollte man immer erst sich anziehen, bevor man irgendjemand anders helfen kann. Und im Alltag machen wir das eben oft nicht. Und ich habe so den Begriff für mich gefunden, positive Entrepreneurial Mindset. Also, es gibt Studien darüber und es gibt auch Hypothesen darüber, was ein GründerInnen-Mindset ist oder wie man es fördern kann. Und da hatte ich Dezember letzten Jahres vor Schulleitenden auf einem Kongress einen Workshop gehalten, wie man das auch schon in Schulen fördern kann. Einfach so dieses, das eine ist Selbstwirksamkeit. Also, das sind auch alles Dinge, die wir in der PP sehen, ehrlicherweise. Deswegen habe ich positive irgendwann noch davor gepackt und nicht nur Entrepreneurial Mindset, weil ich dachte, cool, das kann man mit so vielen Interventionen der positiven Psychologie auch einfach fördern. Selbstwirksamkeit bedeutet einfach, dass man wirklich daran glaubt, dass man es selbst verändern kann und an die eigenen Fähigkeiten. Dann auch das Thema Haltung. Also, glaube daran, dass man den Status Quo verändern kann, dass man Chancen sieht in Herausforderungen und nicht in der Opferhaltung. Aus dem Drama-Reihe kennt man das ja. Und das halt einfach zu durchbrechen, dass man sagt, okay, ich bin nicht Opfer, sondern gewisse Möglichkeiten habe ich, mein Umfeld zu gestalten. Manche Dinge können wir nicht verändern, aber vieles andere eben schon. Und diese Haltung, das ist ein Problem, das sehe ich als Chance und ich glaube, dafür eine Lösung entwickeln zu können. Das ist halt, das siehst du bei GründerInnen ganz, ganz oft, sonst würden sie sich nicht raustrauen mit irgendwelchen Lösungen. Dann das Thema Growth Mindset ist essentiell. Dieses, ich möchte Neues lernen, ich möchte mich selbst auch weiterentwickeln und ich nehme den Status Quo auch hier wieder nicht als gegeben, sondern ich entwickle mich ständig weiter. Motivation, dass diese tiefe intrinsische Motivation, weil wenn es bumpy wird, nochmal besser oder mal schlechter läuft, brauchst du eben eine, muss dein Warum klar sein. Du musst wissen, warum mache ich das hier überhaupt? Weil im Bestfall ist es nicht selbst und ständig und man findet effektive und effiziente Wege des Arbeitens und nimmt sich Räume. Aber nichtsdestotrotz gibt es mal auch Phasen, wo vielleicht die Idee, dass man selbst die eigene Person ist, die daran glaubt oder es mal schlechtere Phasen gibt. Und dann braucht man einfach eine tiefe intrinsische Motivation. Und das Letzte ist, und das fällt so ein bisschen in die Kategorie, was ich gerade sagte mit dem gesund bleiben und nicht selbstunständig ist Resilienz. Auch sich scheitern zu erlauben. Das ist auch für mich ein riesen, riesen Thema, ehrlicherweise. Ich habe nämlich am Anfang auch ein paar GründerInnen gefragt, okay, was ist so euer größtes Learning? Was wollt ihr mir mitgeben? Und da kam der Satz, scheitern ist okay. Und das ist neben der Resilienz im Sinne von, dass man sich auch Rahmen schafft, indem man ein gesundes Umfeld hat und auf sich achtet, damit man nicht ausbrennt, wenn man für etwas brennt, weil kann auch passieren, sehr gut sogar, ehrlicherweise. Und ja, scheitern erlauben. Und das sind so diese, die Elemente, die für mich so ein Positive Entrepreneurial Mindset ausmachen und die man mit der PP-Intervention aller Art einfach lösen kann für sich oder rausfinden kann. Wow, mega schön. Also ich glaube, wir könnten über jeden Punkt nochmal eine einzelne Podcast-Folge machen, weil das ist so wertvoll. Und ich habe gerade beim Zuhören auch bei jedem einzelnen Punkt gedacht, so ja, ja, 100 Prozent, so aus meinem Alltag weiß ich 100 Prozent, dass man das einfach braucht, dieses Mindset. Und dass es auch oft ja daran scheitert, dass Menschen erst gar nicht losgehen, weil sie eben denken, ich bin noch nicht gut genug dafür. Oh Gott, da könnten Probleme kommen, mit denen kann ich dann nicht umgehen. Oder dann kommt die erste Krise und man ist so, es ist mir alles zu anstrengend, ich schmeiße alles hin. Weil der Weg ist ja oft holprig und man sieht ja nicht sofort immer die Erfolge, die man sich wünscht, sondern oft geht es eben darum, weiterzumachen, selbst wenn es schwierig ist, aber dabei auch gut auf sich zu achten. Das finde ich auch ein totaler Punkt. Genau. Ja, absolut. Zum zweiten Punkt, da hast du ja gesagt, vielen fehlt so die Idee oder vielleicht ist es ja auch so, dass einige Menschen eine grobe Idee haben, aber nicht so richtig wissen, ist es wirklich eine gute Idee? Kann ich damit vielleicht auch Geld verdienen? Werde ich damit erfolgreich? Also klar, diese absolute Sicherheit, die wird man ja nie haben. An irgendeinem Punkt muss man mit dem, was man hat, einfach rausgehen. Aber gibt es deiner Erfahrung nach Dinge, die dabei helfen, diese Idee noch weiter zu verfeinern und vielleicht auch sich sicherer darin zu werden, ob die Idee, die man hat, ja zu etwas Gutem führt? Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde gerne erst beantworten wollen, wenn du keine Idee hast, aber du möchtest gründen, weil das war, es ist für mich auch so ein bisschen dieser Punkt gewesen und zwar Co-Founderinnen finden. Also das heißt, man sucht einfach Menschen, die schon eine Idee haben, weil wir müssen nicht immer die sein mit den Ideen, sondern wir wissen um unsere Stärke, die wir in den Topf mitwerfen können. Das heißt, wenn man in Frauennetzwerken oder Netzwerken generell, wenn man sich einfach umschaut, was gibt es da für Netzwerke, da kann man ganz oft auch Aufrufe starten. Es gibt auch, wenn man googelt, unterschiedlichste Möglichkeiten der Vernetzungen, um Co-Founderinnen zu finden und danach zu suchen. Auf der Plattform whoin.de beispielsweise kann man auch nach einer Co-Founderin suchen und auch am Anfang so die ersten Schritte, Checklisten und so weiter durchlaufen. Das kann ich total empfehlen, dass man einfach dann schaut oder auf einen Startup-Weekend geht. Also man guckt nach Startup-Events, wo Leute mit Ideen hinkommen können. Das war ich damals ja auch. Ich bin mit jemandem hingegangen, hatte selbst keine Idee. Das ist die andere Option. Aber hatte einfach mal Bock, Startup-Luft zu schnuppern und ihm zu helfen, seine Idee weiterzuentwickeln. Und das kann ich total empfehlen, weil das ist so eine inspirierende Luft auf diesen Events. Wenn man mit den Menschen spricht und dann dieses Wochenende mit Pizza und Mate gefühlt durcharbeitet, um zu diesem Pitch am Sonntag hinzuarbeiten, um dann das wirklich, wie man das von Höhle der Löwen und Co. kennt, zu präsentieren, die Idee und zu gucken, dass man Gelder bekommt. Also das heißt, wenn man selbst keine Idee hat, kann man trotzdem, aber Bock, kann man sich nach solchen Events in der Region umschauen und teilnehmen. Oder eben Plattformen suchen, Netzwerke, wo man Aufrufe starten kann. Und jetzt so der Frage, okay, ich habe eine Idee, woher weiß ich denn, dass die gut ist? Wie kann ich die verfeinern? Und da kann man sich beispielsweise, es gibt so ein Canvas, so eine Vorlage, Business Model Canvas als Beispiel. Gibt es auch online, können wir ja auch verlinken, einfach wie das heißt. Und da kann man dann die eigene Idee, die man hat, in unterschiedlichen Quadranten betrachten. Weil was viele nämlich auch falsch machen, ist, die Kundinnen nicht im Fokus halten. Also den Kunden nutzen oder Kundinnen nutzen. Und darum lebt ja alles. Hotellerie groß geworden aus Marketing und Sales. Das heißt, Kundenzentrierung ist so für mich auch einfach das Wichtigste, weil wenn der Nutzen nicht da ist. Und dieses Business Model Canvas hilft halt, dass man dann einfach mal wirklich weiter durchspinnt. Was ist das Problem, was ich löse? Was ist meine Lösung konkret? Was sind Kosten? Was sind Einnahmequellen? Wer ist meine Zielgruppe? Also da wird man durchgeleitet durch unterschiedlichste Fragestellungen, um das mal zu verfeinern. Und dann auch unterschiedlichsten Menschen das zeigen und darüber sprechen und das verfeinern. Idealerweise Leute, wo man sagt, okay, mit unterschiedlichsten Blickwinkeln. Und zwar nicht, also die sollen ehrlich sein, aber auch da zu wissen, wo sind welche einfach destruktiv, weil sie halt aus einem Angestelltenverhältnis kommen und dann eigentlich eher nur dieses Ja-Aber sehen. Aber die Idee challengen lassen quasi, das ist einfach auch eine Option. Oder eben selbst auf dem Startup-Weekend mit diesem Wochenende verfeinern. Oder man Coaches. Es gibt ja auch Gründungscoaches, die mit einem diese Idee noch weiter durchspielen. Das kostet dann. Je nachdem, aber dann kann man auch einfach da noch mal sich beraten lassen und die Vereine tauchen. Cool. Voll die guten Möglichkeiten. Und ja, also finde ich richtig, richtig gut, was du alles sagst, was es so, was man alles machen kann. Und ich selber, ich habe auch sechs Monate, nee, noch länger, ich habe über ein halbes Jahr in einem Startup gearbeitet. Die Schüler dabei begleiten, ja, in der Berufsorientierung, also sie machen quasi moderne Berufsorientierung. Und ich fühle das total, was du gesagt hast, mit dieser Startup-Luft schnuppern. Weil ich wusste von Anfang meines Studiums an, dass ich mich selbstständig machen möchte. Aber in dieser Zeit habe ich das erste Mal so richtig diesen, so einen Gründungsspirit erlebt. Und dieses Gefühl von, wir arbeiten hier gemeinsam an einer Idee und wir entwickeln das. Und auch die unterschiedlichen Bereiche, die dazugehören. Sei es irgendwie Sales, sei es Marketing, sei es Ziele zu planen, habe ich dort das erste Mal kennengelernt. Deswegen glaube ich auch, dass es total sinnvoll ist, da einfach mal auch, wenn man da noch so am Anfang steht, sich zu erlauben, ich gucke da einfach mal, was machen andere. Und gucke da einfach mal zu und nehme mal Teil an irgendwelchen Events oder schau mal in einem Startup rein, weil da kann man schon alleine ganz, ganz viel mitnehmen. Ja, absolut. Sich von Menschen, man sagt ja auch immer so, man ist ein Querschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich umgibt. Und wenn das natürlich in einer anderen Kategorie ist, als da, wo man hin möchte, schadet es nicht, wenn man einfach so immer mal wieder das auffricht. Ich meine dadurch nicht, die engsten Freunde auszutauschen, sondern einfach so in seine Umgebung zu erweitern, hinein, wo man möchte. Weil dort findet man dann auch Menschen, die andere Perspektiven haben. Und wenn man zum Beispiel, was ich gerade eben sagte, mit dem Gründungscoaching oder Beratung, wenn man das aus der Arbeitslosigkeit heraus macht, als Beispiel, kriegt man das sogar vom Arbeitsamt bezahlt. Also da gibt es auch noch Fördermitteln, die die Agentur für Arbeit stellt. Da gibt es Gründungsgutscheine, wo man sich beraten lassen kann. Und die leiten einen durch die eigene Idee über mehrere Wochen. Und dann kann man sogar noch einen Zuschuss beantragen. Also das ist halt auch eine Option. Mega cool. Lass uns gerne mal auf diesen Punkt, weil das war ja auch so einer, den du genannt hast, Finanzen, noch mal ein bisschen näher eingehen. Wir hatten ja auch im Vorhinein darüber gesprochen, dass es ja unterschiedliche Mittel gibt, um sich fördern zu lassen. Und ich persönlich denke aber so klassischerweise tatsächlich an Höhle der Löwen. Ich muss mich da in die Höhle der Löwen begeben und dann meine Idee pitchen und hoffen, dass jemand das erscheint. Sponsor. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Möglichkeiten. Magst du mal erzählen, was man da so machen kann, um sich finanziell unterstützen zu lassen? Klar, auch da bin ich tatsächlich auch noch keine Expertin, aber ich kann die Dinge, die ich schon weiß oder die ich rausgefunden habe für mich oder durch die Gespräche auch mit Expertinnen, wie zum Beispiel auch Svenja von whoin.de erwähnen. Und zwar klar, das eine ist wirklich aus der Arbeitslosigkeit heraus. Also in Deutschland kann man einen Gründungszuschuss beantragen, wenn es Gutschein für Gründungscoaching als Beispiel, wenn man sagt, okay, man muss dafür einen Tag arbeitslos gewesen sein, dass man sagt, dass man gründen möchte. Und dann kann man sich auch so einen Gutschein nehmen, wenn man sagt, ich möchte aber noch konkretisieren, wie geht das denn wirklich? Ich habe noch nie einen Businessplan geschrieben, bevor ich das Ding einreichen kann. Weil ein Businessplan ist für fast alles die Grundlage, was wir jetzt gleich besprechen werden. Das heißt, dieser Businessplan, nicht nur Business Model Canvas, sondern ein richtig erarbeiteter Businessplan, wo man auch Templates auf der Plattform whoin oder wenn man sich online eingibt, Template Businessplan, kommen da auch diverse Businesspläne und die füllen das mit einem aus und die coachen einen selbst nochmal und challengen das. Und das wird übernommen, genauso wie den Antrag, wenn man den bewilligt bekommt für einen Gründungszuschuss im Nachgang. Bedeutet, man hat dann Anspruch auf Arbeitslosengeld plus, ich glaube, 300 Euro Sozialversicherung, die man ein halbes Jahr lang bekommt. Und man kann danach sogar nochmal, ich glaube, auf neun Monate ausgeweitet Sozialversicherungszuzahlung beantragen. Das heißt, das gibt ja einen super Boost für den Staat und ist eine Fördermöglichkeit. Und man hat dann immer so Klischee, denkt man, beim Thema Arbeitslosigkeit oder Arbeitsamt oder ähnliches. Aber gerade hier ist es halt super, super hilfreich. Und wir zahlen genug Steuern und sollten dann auch die Fördermöglichkeiten, die es gibt, nutzen und uns dafür dann auch nicht zu schade sein. Das ist so eine Option. Dann klassisch Bankdarlehen oder auch Gründungsfinanzierungen. Da gibt es zum Beispiel unterschiedlichste Fördermittel, wo man dann auch mit der KfW Kreditinstitut für Wiederaufbau bei der KfW oder bei ähnlichen Banken gucken kann, dass man sich eine Finanzierung holt, eine Gründungsfinanzierung. Wenn man da googelt, Sparkasse, unterschiedlichste Banken machen das einfach. Kann man sich da auch beraten lassen, wie komme ich an Gelder ran? Und auch da können zum Beispiel zum Teil diese Gründungscoaches helfen. Das heißt, dass man sich da dann einfach mit der eigenen Idee fragt, zu welcher Bank oder in welchen Rahmen sollte ich am besten gehen? Was hören die gerne? Also da gibt es ja auch unterschiedlichste Ideen, die dann irgendwie durchgehen. Das heißt, sich da auch einfach Bankdarlehen ist, wie gesagt, auch immer eine Option. Und wenn man nicht die Sicherheiten hat, gibt es auch dort Fördermöglichkeiten. Dann gibt es, wenn wir jetzt Höhle der Löwen Beispiel nehmen, das sind ja dann InvestorInnen, Business Angel quasi, die dann da sitzen und investieren. Und ein Business Angel ist im Vergleich, also es gibt Venture Capitalists, also WagniskapitalgeberInnen und es gibt Business Angels, geben normalerweise Eigenkapital für Anteile. Das ist so dieses Beispiel, wenn sie dann am Ende da verhandeln über fiktive Firmenwerte und ich gebe dir so viel und dafür bekomme ich das. Das ist natürlich auch eine Option. Gibt es nicht nur im Fernsehen, sondern es gibt auch, man kann nach Business Angels googeln, auch VCs, Venture Capitalists, wo man dann vorstellig werden kann. Es gibt eben die Möglichkeit über diese Startup-Events, da sitzen am Ende, wenn gepitcht wird, auch immer unterschiedlichste Förderstellen. Es gibt auch zum Teil die Möglichkeiten, dass Stiftungen auch Gelder geben. Dann normalerweise nicht für Anteile, meines Wissens nach, aber das jetzt gefährliches Halbwissen. Aber dort einfach, dass man dann Kapital bekommt. Und VCs mit WagniskapitalgeberInnen sind quasi große Konglomerate an Companies, die dann halt Geld geben. Und darauf spezialisiert sind, in Startups zu investieren. Und Business Angels sind oftmals eher für diese Anfangsphase. Also es gibt auch einen Business Angel Verband, wo man Ideen pitchen kann, wenn man da googelt. Da war ich auch mal auf einem Event, wo Startups dann diesen Business Angels, diesen Privatpersonen quasi mit Kapital und Expertise ihre Ideen gepitcht haben, wie Höhle der Löwen ohne Kamera und weniger Glam. Und das ist halt für die Anfangsphase super sinnvoll, weil die oftmals auch viel intensiver beraten und betreuen. Genau. Und zum Schluss gibt es noch Accelerator-Programme. Das sind, also Accelerate bedeutet Beschleuniger. Und das sind so ein bisschen auch diese Startup-Events. Das kann aber auch sein, dass das über mehrere Monate geht. Und Accelerator-Programme kann man auch gut googeln. Gibt sowohl öffentliche als auch Corporate. Das heißt, die Deutsche Bahn, E.ON, Allianz. Es gibt viele Companies, große Konzerne, die Accelerator-Programme haben mit unterschiedlichen Services und Inhalten und Laufzeiten. Und eben auch öffentliche. Und dann bekommt man sowas wie Feedback von Expertinnen, ob die Idee wirklich gut ist. Und die wird nochmal geschliffen. Zum Beispiel das Startup, was ich gerade unterstütze, Freemarm. Die haben eine Plattform, Freelancing-Plattform für Mütter, für mehr Vereinbarkeit. Und die sind so ein Accelerator-Programm durchlaufen. Und da wird die Idee nochmal wirklich auf links gedreht. Du kriegst Expertinnen-Input. Du kriegst zum Teil Gehälter ausgezahlt. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Deswegen, also googelt definitiv auch Accelerator-Programme und guckt, welches passt zu eurer Idee. Genau, das sind auf jeden Fall Fördermöglichkeiten. Wow, krass. Das ist echt so vieles, was man machen kann. Und wenn man nicht gerade in dieser Bubble drinsteckt und da vielleicht ein Netzwerk hat aus anderen UnternehmerInnen, dann weiß man sowas ja auch gar nicht. Deswegen finde ich das so wertvoll, dass du das hier gerade teilst, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Weil das, glaube ich, schon ein sehr, sehr großer Punkt ist für einige zu sagen, okay, ich habe einfach kein Kapital oder ich habe Angst, wenn ich jetzt losgehe. Selbst wenn man nicht direkt viel Startkapital braucht für seine Idee, ist ja die Frage, wovon zahle ich jetzt erstmal die nächsten Monate meine Miete, wenn meine Idee nicht sofort reinhaut wie eine Bombe, was ja in den allermeisten Fällen so ist. Man braucht ja Geld zum Leben und das ist ja keine Frage. Deswegen ist es so wertvoll, dass es da Möglichkeiten gibt, sich unterstützen zu lassen. Also sowohl von den finanziellen Ressourcen her, aber auch, was du gesagt hast, gerade mit den Accelerator-Programmen, dass Menschen einen unterstützen und die Idee feinschleifen und voranbringen. Ja, absolut. Und man kriegt ja dann auch zum Teil Pitch-Trainings und wie stehe ich auf einer Bühne? Und also die Dinge, die dann einfach damit einhergehen, das finde ich auch super, super wertvoll. Und man schnuppert direkt schon Startup-Luft, weil man mit anderen Startups auch umgeben ist. Und das war auch der Grundgedanke, jetzt erwähne ich ein letztes Mal, weil ich auch einfach die Idee so gut finde. Der Grundgedanke dahinter, so dieses, wo findest du alles an einem Ort? Gerade die Plattform ist besonders für Gründerinnen, also wirklich für Frauen da, die nochmal ein ganz anderes Bedürfnis auch für Sicherheit haben, ganz oft. Und auch einfach nicht dieses große Netzwerk in Relation und so. Womit beginne ich überhaupt mal? Und da findet man halt dann auch einfach die Infos, womit man einfach beginnen kann, kostenlos. Kann sich da registrieren und findet alles, was man braucht als Gründerin oder angehende Interessierte. Und deswegen finde ich auch, sowas sollte an einem Ort gut sichtbar sein, damit man überhaupt erstmal loslaufen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich verlinke WhoIn hier unter dem Podcast, dass man da direkt immer draufklicken kann. Ich habe mich da auch vor zwei, drei Tagen registriert, weil wir ja darüber geredet haben und finde es wirklich richtig cool, dass es da so viele Möglichkeiten gibt. Weil ja gerade, wir hatten auch drüber gesprochen, so gerade am Anfang dieses Mindset, wenn man schon so erstmal sich rantasten muss und diesen Mut entwickeln muss und diese innere Stärke und dieses Vertrauen vielleicht auch darin, dass es wirklich funktioniert, ist es halt eben so wichtig, dass es Menschen gibt, die sagen, hey, guck mal, mach doch als erstes mal das und du kannst das machen und das machen. Weil du hast ja in dem Moment vielleicht einfach noch nicht die Kraft, dir alles selber zu erarbeiten. Du hast auch nicht das Wissen. Man ist so, wo fange ich an, wo höre ich auf? Und das kannst du dir ja gar nicht selber erarbeiten. Da braucht man einfach Unterstützung. So, jetzt noch einmal zum letzten Punkt, weil ich finde den nämlich auch so wichtig. Also das Thema Vereinbarkeit hattest du ja auch gesagt. Also ich hasse diesen Spruch selbstunständig, weil ich irgendwie. Ich auch. Das ist so, das macht direkt so ein Gefühl von, oh nee. Ich hatte auch letztens bei einem Sportkurs von mir, da hat mich ein Sportkurs Teilnehmer gefragt, was ich denn nach meinem Master jetzt mache. Und ich habe gesagt, ja, ich mache weiter meine Selbstständigkeit, wie bisher auch. Und dann meinte er zu mir so, ja, das ist aber doof. Und ich so, wieso? Und dann meinte er so, ja, dann kannst du ja niemals in Urlaub fahren. Und ich war so, okay, doch, eigentlich schon. Aber ich fand das so witzig, weil es kam so voll aus dem Nichts. So, ja, kannst halt nie in Urlaub fahren. Und ich so dachte, ich weiß nicht, woher dieser Gedanke kommt. Aber das ist ja etwas, was viele einfach so denken und wo es ja auch berechtigt Bedenken gibt. Weil ja, am Anfang musst du ja auch viel Zeit von dir selbst investieren. Frage ist, was hilft so deiner Erfahrung nach dabei, so diese Vereinbarkeit zu schaffen, dass man ja für seine Idee brennt und für das, was man tut, aber eben nicht ausbrennt, nicht ja dann sozusagen nach ein, zwei Jahren alles hinschmeißen muss oder erst mal in Therapie muss, weil man halt einen Burnout hat. Also was ist da deiner Meinung nach ganz wichtig, um da eben gut auch für sich selbst zu sorgen. Das ist auch ein super wichtiges Thema. Und ich glaube, auch hier ist es abhängig von dem Setup. Oder nehmen wir einmal das Beispiel, ich bin Freelancerin und Mutter. Dann hast du natürlich, dann kannst du definitiv darauf achten, mit welchen KundInnen du arbeitest. Dass die einfach auch diese Flexibilität und Vereinbarkeit schaffen und auch dir selbst diese Zeiten dann blocken und sagen, okay, ich bin halt dann nur vormittags da oder nachmittags oder wie auch immer man sich das mit dem Lebensgefährten und LebenspartnerInnen aufteilt. Und deswegen finde ich auch genauso wie whoinfreemom.de halt so cool, weil da eben nur Projekte gelistet werden von Companies, die wertvoll und fair und flexibel arbeiten wollen. Weil wir haben in der Freelancing-Landschaft natürlich auch ganz viel. Das ist halt Zeit gegen Geld. Und also wo einfach dieses Wertethema dahinter, Vereinbarkeit, Flexibilität, New Career-Ansätze komplett fehlen. Und deswegen, das ist halt eine Möglichkeit. Man sucht sich KundInnen oder registriert sich auf Plattformen, die eben genau darauf achten, dass die Projekte, die dort sind, Vereinbarkeit gewährleisten und Flexibilität. Und zum Glück haben wir ja mittlerweile die Situation, dass wir einen ArbeitnehmerInnen-Markt haben mit dem Fachkräftemangel, wo wir auch anfangen können, anders zu fordern und ja auch anders gefordert wird. Und auch die Companies anfangen, umzudenken. Das heißt, das ist natürlich so ein Aspekt. Dann der andere ist, und da bin ich selbst im Trial-and-Error-Modus. Also um vollkommen ehrlich zu sein, weil ich habe es auch geschafft, in meinen Management-Rollen zum Teil so viel Gas zu geben, dass mein Körper mich manchmal ganz ausbremsen musste. Und habe dann mit Achtsamkeitskursen und Yoga begonnen. Also Dinge, die mich runterbringen und die mir einen Rahmen schaffen und Ruhe geben. Und lese auch immer wieder Bücher über Produktivitätstelle, Techniken auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ehrlicherweise auch alternative Modelle. Gerade lese ich die Vier-Stunden-Woche. Ich habe keine Ahnung, ob es gut ist, aber es wurde genau in dem Kontext mir öfter empfohlen. Ich habe gerade erst angefangen, also immer zu gucken, welche Glaubenssätze habe ich denn da? Wo kommt selbstständig her? Und wie kann ich dafür sorgen? Weil ganz ehrlich, biologisch ist unser Hirn nicht in der Lage, zwölf Stunden hardcore gut durchzuarbeiten. Das heißt, damit macht man sich selbst was vor, wenn man so viel Zeit einplant und investiert. Und da einfach zu gucken, dass man fokussiert arbeitet. Fokus ist halt ganz oft und priorisiert. Nicht alles ist jetzt wichtig. Und das merke ich auch bei Kundinnen ganz oft. Dieses Thema Fokus und Priorisierung und was ist wirklich das Nächstwichtigste und nicht wie so ein kopfloses Huhn, weil man gerade überrollt wird von den ganzen Themen, sich zu priorisieren. Und das sagt sich total leicht als Außenstehende dann. Aber sich dann auch Menschen zu suchen, die einem helfen zu priorisieren und sich zu fokussieren. Weil wenn man selbst in der Situation ist, werde auch ich genauso rumrennen. Und je nachdem, wie man involved ist, ist das immer so. Das hilft auf jeden Fall. Und eine Übung aus der PP finde ich da auch super cool. Da sind wir drüber gestoßen. So dieses, wie sieht dein perfekter Tag aus? Es gab doch auch dieses Rad, wo man dann diese Anteile aus Erholung, Sport und Co. Was sind so Mikro-Urlaubsmomente vielleicht? Also, dass man sich sowas auch einfach skizziert. Was gibt mir Ruhe? Was gibt mir Kraft? Und dann überlegt, weil das ist der große Vorteil an der Selbstständigkeit, dass man seine eigene Chefe, wenn sein eigener Chef ist und das selbst einteilen kann. Und man selbst den Kalender in der Hand hat. Und auch selbst dafür verantwortlich ist, wie man mit KundInnen spricht und wie sehr man für die eigene Zeit einsteht. Die sollte die größte Prior haben. Wie mit der Maske. Erstmal um sich selber kümmern. Weil nur dann kann man auch gute Ergebnisse liefern. Und deswegen würde ich total raten, sich am Anfang die Zeit zu nehmen, vielleicht auch einfach nochmal sowas wie Ikigai zu machen, wo man einfach seine gesamten Themen drin sammelt. Was kann ich gut? Was mache ich gerne? Was ist mein Sinn? Sich diesem Thema am Anfang einmal nochmal widmet und dann wirklich aufbauend darauf, wie sieht mein perfekter Tag aus, wenn ich ihn wirklich komplett freiskizzieren könnte. Und was kann ich jetzt schon tun, um Elemente reinzukriegen? Und eben Achtsamkeit. Das ist ein verbranntes Wort für die eine oder andere Person, weil es so oft schon genannt wird. Aber ganz ehrlich, Achtsamkeit ist der erste Schritt. Wenn man Dinge merkt, kann man sie erst annehmen und verändern. Ja, voll. Auf jeden Fall. Und ich finde diesen Punkt auch so wichtig, was du sagst, dass wir sind ja als Selbstständige unser eigener Chef, unsere eigene Chefin. Und ich sage auch immer, also das bringt viel Freiheit mit sich, aber eben auch viel Verantwortung. Und das, was du vorhin auch schon genannt hast, diese Selbstführung ist da einfach so wichtig. Und Selbstführung bedeutet ja nicht nur, ich erledige meine Aufgaben und ich setze mein Propos an den Schreibtisch und ich bringe auch die Ergebnisse und verfolge meine Ziele, sondern es bedeutet genauso zu gucken, hey, was brauche ich gerade? Brauche ich eine Pause? Wie kann ich gut für mich selber sorgen? Weil ganz ehrlich, wir würden ja auch nicht in einem Unternehmen arbeiten wollen, wo der Chef oder die Chefin ständig sagt, so, jetzt musst du mal weitermachen, jetzt hier, gibt keine Mittagspause heute, so. Dann würden wir ja wahrscheinlich sagen, nee, ciao, ich habe da keine Lust mehr drauf. Aber gehen wir so auch mit uns selber um? Also sind wir zu uns selbst eine gute Chefin? Das ist ja am Ende des Tages auch eine total wichtige Frage und das braucht Zeit, um das zu entwickeln, weil man sich ja auch selbst dann kennenlernt und dementsprechend Maßnahmen hat. Total. Ja, und der erste Schritt ist Haltung. Wir haben ja wieder dieses Positive Entrepreneurial Mindset, die Haltung, dass man dann nicht denkt, oh, es ist alles so viel und also das darf man auch mal denken. Es gibt auch Tage, wo ich gerne einfach unter der Bettdecke bleiben würde und auch das ist mal okay. Aber so dieses, ich habe es aber selbst in der Hand, ich kann es verändern und ich führe mich eben selbst zuerst und ich habe die Haltung, dass ich es verändern kann und möchte. Und natürlich ist es auch eine große Verantwortung, aber es bringt auch viel Freiheit. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich würde gerne aus dem Ausland mehr arbeiten. Also der Vorteil an Interimsrollen und Freelancing-Rollen und Co. ist natürlich auch, dass du von überall aus arbeiten kannst. Im besten Fall ist, dir selbst auch legen kannst und dann mal Wochen hast, wo du vielleicht nur vormittags zwei, drei Stunden was machst und danach lernst, wie man Wellen reitet. So. Mega. Ja, voll. Also das ist halt wirklich der große Vorteil am selbstständig sein. Und was ich noch eine Sache, die ich zu diesem ganzen Thema ergänzen wollte, ist, was mir auch immer total wichtig ist. Eigentlich sollte ja das Ziel sein, dass man langfristig am Ball bleiben kann und dass man langfristig sein Unternehmen oder seine Selbstständigkeit aufbauen kann. Und dazu gehört eben auch im Hier und Jetzt gut für sich zu sorgen, weil ich erlebe das auch immer wieder von Menschen, die ich verfolge auf Instagram oder von denen ich den Podcast höre, die durchhasseln ohne Ende. Man denkt so, wow, die ist so erfolgreich, krass. Und dann plötzlich kommt raus, ja, ich habe ein Burnout. Es ging irgendwie zwei, drei Monate gar nichts, Panikattacken, Angst und so weiter. Und das ist auch etwas, ich stehe ja auch für das Thema Gesundheit. Das ist mir so wichtig, wo ich dann auch mal sage, wenn du die Signale deines Körpers und deines Geistes nicht hörst, dann drückt der irgendwann den roten Knopf. So. Und dann geht halt einfach für eine gewisse Zeit gar nichts mehr. Und deswegen ist es ja auch im Sinne deines Erfolges, im Sinne deiner Company oder deiner Selbstständigkeit, dass du im Hier und Jetzt sagst, ey, es darf mir auch gut gehen. Ich darf auch gut für mich selber sorgen, weil am Ende des Tages sorgt es dann auch gut für mein Unternehmen und für die Idee, die ich habe. So, total. Ich hatte, ich habe vor ein paar Jahren einen Vortrag auf einer Fuck-up-Night über meine Krankheit. Ich bin nämlich, also mein Körper hat mich einmal so komplett geresettet, weil ich mit Panikattacken, ich habe alles ignoriert, bis wirklich dann eine schlimme Krankheit kam und ich habe dann danach darüber gesprochen und der Fuck-up war nicht die Krankheit selbst, sondern so mein Umgang auch danach damit. Erst in die absolute andere Richtung übersteuert und dann ins selbe Umfeld wiedergegangen und die gleichen Fehler gemacht. Und als ich den Vortrag gehalten habe, kamen danach mehrere Frauen und Männer auf mich zu, die gemeint haben, meine Frau hat an dauernd Panikattacken. Also kannst du irgendwie Tipps geben, wie ich ihr helfen kann? So Unterhaltungen. Oder auch Frauen, die meinten, boah, ich kenne das total und dieser Perfektionismus und das Gefühl zu haben, nie genug zu sein und man muss immer arbeiten und ich habe schon Ohrenpfeifen. Und also das heißt, es ist so allgegenwärtig, dieses Problem. Und ich hatte das auch. Ich finde es auch immer irgendwie wichtig zu betonen, wenn ich jetzt über was rede, ist das nicht, weil ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern weil ich gewisse Dinge auch einfach am eigenen Leib im wahrsten Sinne erlebt habe und auch jetzt manchmal merke, trotz dieser Erfahrung ist meine Lernkurve manchmal immer noch nicht die steilste. Ich habe Frühwarnsysteme, ich achte jetzt auch viel, viel stärker auf mich. Also wirklich, es ist ein ganz, ganz anderes Leben. Nichtsdestotrotz teste ich die Grenzen immer noch aus. Also das ist auch mal okay. Das Selbstmitgefühl ist hier halt auch einfach super wichtig. Ja, voll, auf jeden Fall. Und ich finde es auch super schön, dass jemand wie du sich da auch ganz ehrlich zeigt und ganz ehrlich sagt, hey, ich habe das erlebt und das war nicht schön, weil das ist ja auch wertvoll für Menschen zu sehen, okay, krass, das kann passieren. Oder wenn man sich in dem wiederfindet, was du erzählst, das selbst zu merken, okay, so weit muss es gar nicht kommen. Ich kann vielleicht schon früher da Maßnahmen ergreifen. Genau. Ich glaube, wir könnten jetzt wirklich noch so zwei Stunden weiterreden. Also das ist echt so cool, was du alles an Wissen mitbringst und an Erfahrung auch. Und ich konnte schon ganz viel mitnehmen von dem, was du erzählt hast. Und ich denke mal, die Hörerinnen und Hörer auch. Ich habe immer zum Abschluss zwei Fragen, die ich allen meinen Podcast-Gästen stelle. Und zwar die erste Frage ist, was glaubst du macht Menschen wirklich glücklich? Ich glaube, Dankbarkeit. So diese Momente wahrnehmen können, kleine Momente feiern können und dankbar sein können. Das ist ja auch einer der Werte oder Stärken aus der PP. Und ich bin ganz, ganz oft wahnsinnig dankbar. Das ist was. Und Humor, auch Dinge einfach, wenn man so eine gewisse Leichtigkeit, ist auch einfach einer meiner Werte, so Humor und Leichtigkeit und versucht, sowas auch in seinem Leben einfach zu fördern. Das macht nachhaltig glücklich. Also eigentlich die kleinen Momente. Ja. Wofür bist du jetzt gerade besonders dankbar? Dass ich ehrlicherweise mit dir darüber reden durfte. Das freut mich total. Und an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, dass ich, du hattest vorhin darüber gesprochen, dass sich viele gar nicht raustrauen mit der Selbstständigkeit, weil sie immer denken, sie sind noch nicht genug. Und ich bin jetzt 32 und seit 2014 unterstütze ich andere Startups und ich traue mich jetzt raus. Und das hat eine ganze Zeit lang gebraucht. Aber jetzt trainiere ich ganz hart den Mutmuskel. Und ich bin sehr, sehr stolz auf mich, wie ich das gerade angehe und dass ich das angehe und dankbar um die Menschen um mich rum. Und jede einzelne Person, die mich sehr, sehr stark begleitet und unterstützt und mich in die richtige Richtung drückt oder auch einfach da ist, wenn ich mal keinen Mut habe. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Mega schön. Ja, ich danke dir für alles, was du heute geteilt hast. Wenn jemand hier zuhört und sagt, die Karin möchte ich gerne ein bisschen näher kennenlernen oder ich möchte verfolgen, was sie macht und ja, weiterhin gucken, wie sich ihre Startup-Reise auch entwickelt. Was soll ich unter dieser Podcast-Folge verlinken? Wo können dich Menschen finden? Wir können gerne, sowohl meine Webseite, als auch man findet mich auf LinkedIn mit meinem Namen, als auch genau mit dem Namen, ich glaube, mit Unterstrich auf Insta. Instagram habe ich jetzt erst wieder reaktiviert und habe mich noch nicht ganz gefunden, wie ich die Menschen mich begleiten lassen möchte. Aber ja, bleiben wir einfach alle mal offen und interessiert, was da passieren wird. Genau, die Menschen können dir erst mal einfach folgen und gucken, was passiert und dann dementsprechend vielleicht auch mit dir Kontakt aufnehmen, einmal Hallo sagen. Sehr gerne. Und ja, cool. Vielen Dank, liebe Karin, so schön, dass du da warst und danke für alles, was du hier geteilt hast. Danke, Maike. Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, dass du daraus genauso wie ich viel für dich mitnehmen konntest. Wie immer freue ich mich, wenn du diesem Podcast ein kurzes Feedback hinterlässt, zum Beispiel bei Spotify mit einer Fünf-Sterne-Bewertung oder auch bei Apple Podcast. Das dauert wirklich nur zwei Sekunden und ist eine große Wertschätzung für all die Arbeit, die hier in diesem Podcast fließt. Deswegen nimm dir gerne diesen kurzen Moment. Du kannst den Podcast auch bei YouTube abonnieren, dann verpasst du keine Podcast-Folge, die online geht. Und ja, ich freue mich immer von dir zu hören und zu lesen, wenn du Gedanken zu dieser Podcast-Folge teilen möchtest. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz auf mein Let's Flourish 1 zu 1 Coaching und Mentoring hinweisen. Also wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du sagst, hey, ich kann mir schon vorstellen, mich selbstständig zu machen als Coach und Trainer im Gesundheitsbereich. Ich bin mir aber noch nicht so genau sicher, welche Themen ich anbieten möchte. Bin mir noch nicht so klar darüber, was mir wirklich wichtig ist, wofür ich wirklich stehen will. Ich habe auch hier und da vielleicht noch ein paar Selbstzweifel, die mich so ein bisschen blockieren. Und ich wünsche mir einfach einen klaren Fahrplan für mich klare nächste Schritte, sodass ich auch wirklich in die Umsetzung gehen kann und für meine Träume losgehe. Dann ist das Let's Flourish 1 zu 1 Coaching und Mentoring perfekt für dich. Du findest alle Infos dazu auf der Website, die ich unter diesem Podcast verlinkt habe. Ich biete auch immer ein kostenloses Kennenlerngespräch an, sodass wir uns einfach mal kurz zusammensetzen und darüber quatschen, wie genau ich dich unterstützen kann. Das heißt, nimm gerne diese Möglichkeit in Anspruch. Wie gesagt, alle Infos dazu findest du unter dem Podcast verlinkt. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder reinhörst, wenn das wieder heißt Let's Flourish. Bis dann, deine Maike.